Zitat von Fritz, wenn sie es verkackt haben, dann sollte ich es zugeben und nicht drumherum reden. Mehr weiß ich nicht. Dann muss einchecken, Maxi. Ja, aber nicht spoilern. Wahrscheinlich, weil die Bock auf Döner hatten. Boah, jetzt ein Döner. Okay, lass nach Hause gehen. Ich gehe jetzt rein, XXM, XX allein, allutschen. Naja, was ist das, Angie? GAMY, bist du da? Ist GAMY anwesend? Oh, Angie, ja. Ich meine, GAMY. GAMY muss das Spiel ändern. Dankeschön. Ja, falsch. Super Mario Brau 3. Nee, Super mit 1P. Ja, okay. Äh, Moment. Ich weiß, dass Angie meint. Wie jetzt rein in XXM, XX, allutschen. Hm. Ich nicht. Ist ja auch nicht so schuld. Ist ja auch nicht so wild. Desktop. Hm. So, ab ins nächste Level. Ins nächste Gebiet. Bitch um Nude, wo es Werken gibt. Ach, nee, nur bei mir. Eieieiei, GAMY, warum judelst du mich eigentlich? Du musst hier sein. Naja. Denn. Bam. Alter, da ist riesig hier. Riesig. Das ist ja cool. Ach, du. Ach, du. Alles klar. Geil, wird nix. was machst du schönes aber ich soll etwas die qi ich kann mich groß machen ich kann mich jetzt nicht mehr so besser das hat oh Gott Danke sehr, Jamie. Na komm. Ich mach euch alle kaputt. Sehr guter Sprung. Sehr guter Sprung. Man muss schon sagen, 1A mit Sahne. Oh Gott, alles klar. Wunderbar, weg gehts das. Ja genau, geht in die falsche Richtung. Oh nein, oh Gott, oh Gott, ich hab's geschafft. Wie ich meine Socken ausziehen. Ja, weg damit. Hier ist nichts drin. Ah, wunderbar. Sag mir nicht, ich bin kurz vorm Ende gestorben. Ich bin kurz vorm Ende gestorben. Ja, supi dupi. Let's go. Nächstes Level. Das Level kann so gar nichts. Und will ich wieder zum Wasser Level. Als ob. Uuuuuh, schwek. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Alter, was ist denn die Hölle hier? Die Hölle auf Erde. Ne, Alter. War's das schon? Das war's schon. Easy. Was ein Easy Level. Pick your Box. Eins, zwei oder vier. Wir nehmen mal den Frosch. Wir sind le Frosch. Le Frosch. Ich bin nur ein Frosch. Ich bin gar nicht Mario. Ich bin nur ein Frosch. Ich bin kein Mario. Nein, nein. Ich bin nur Mr. Frosch. Oh Gott. Oh Gott. Ist der Sprung überhaupt machbar? Als Frosch Mario? Sieht weit aus, ne? Vielleicht ist Frosch Mario doch nicht so gut. Oh nein, zurück an den Ofen. mit einem Frosch Mario. Danke für die Taichreichin. Schön, dass du noch da bist. Du bist du cutie. Nya. Danke für den König Keicho. Das bin ich euer König. Nya. Ich bin kein Ursprung. dank für den lärk muss ein kurzes machen das gleiche okay das gleiche hatte ich lieb und nicht vergessen die sind alle für dich da ich weiß nicht was man immer voll im spring die springtaste gedrückt zu halten alter glitsch der auf anfang immer ganz kurz wirklich was für ein glitsch denn zum anderen komischen recht die dinger da das ist dauerhaft da nur ich hab's für euch abgeschnitten ein bisschen damit man sich so krass sieht bei euch ich habe keine ahnung woanders die am to am und nja ah gut dreck hier dca q d nein nein ja okay feuerblumen jammer bekommen wir nehmen feuerblumenario weil feuerblumen kann ich bin programmierer was hat nintendo da war falsch ich glaube es könnte auch ein emulator problem sein keine ahnung es würde sich unbedingt auf nintendos kappe werfen es kann doch einfach ein problem von imulator sein okay leider geschafft die box macht mich mehr sehen das ist wahrscheinlich ja ich glaube nicht dass sie das im game getestet haben dachten dass das mal drin da kann ich mir vorstellen der sprung war weiter ich dachte Wenn man dann nicht guckt, dann entführt man. Hallo? Hallo? Oh Gott, das hätte eigentlich ein Tod sein müssen. Das hätte eigentlich mal tot sein müssen, also ohne Witz. Der einzige Grund, warum ich das überlebt habe, ist wie Mario gecodet ist. Sobald du nach oben geanimation bist, trifft dein Gegner dich. Und sobald du nach unten geanimation bist, triffst du den Gegner. Ach, das ist ja nur der eine, ich habe mich so verschwendet. Eine Wolke, ich weiß nicht, wofür die Wolken da sind. Kann ich aktivieren und dann? Ach, damit kann ich ein Level überspringen. Ne, das wollen wir nicht. Ne, das machen wir nicht. So was tun wir nicht. Ne, das machen wir nicht. So was tun wir nicht. So was tun wir nicht. Ne, ich habe nicht. Also bin ich auch alle, die ich habe. Denk schon. Denk schon. Denk schon. Oh Gott, egal. Oh Gott. Oh Gott. Der Feuerball kam ganz gefährlich. Let's go. Die Level sind echt kurz, ne? Teilweise. Oh Gott. Das war nicht so gut. Nein, nein. Nein, nein, nein. Bin nicht. Hoch, hoch, hoch. Jetzt schnell. Nehmen. Ganz ruhig. Gut machen. Heilung nehmen. Und chill. Chill. Nochmal. Das war komplett da. Hier in Krüze. Und mein Chat ist schon wieder genug. Def-Ad. 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 Das sieht nicht gut aus für mich. Für die ganzen Def-Ads hier. Fisch. Hallöchen. Danke für die Def-Ads. An ihm gefällt. Die Küli. 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 Als ob. Ich glaube an dich Dankeschön, Gaming. Ich auch, lieb Anime-Fan. Ganz ganz doll. Komm, das Level ist nicht mal schwer. Ich weiß nicht, warum ich so struggle habe. Okay, jetzt habe ich gerade echt Probleme. Jetzt habe ich mit Absicht gemacht, Leute. Ich will auch von vorne machen. Aber von vorne. Alles von vorne. Und diesmal ohne einen einzigen Fail bis zum letzten Boss. Nein, Spaß. Mann, Kate, schon mal. Auch hier brauchst du rein und das war's. Okay, das war's nicht so. Okay, das war's nicht so. Okay, das war's nicht so. okay oh Gott, oh, er war, ey, der Block, du, beruhl dich, Mario, beruhl dich, Mario, du schattest, du schattest, du bist ein sehr starker, Mario, du bist ein sehr starker, Mario, du bist ein krasser, Mario, das ist ein Stern, okay, pack' an. Oh Gott, oh Gott, wer geht, ab zum Ziel, ab zum Ziel, ab zum Ziel, ab zum Ziel, ab zum Ziel. Let's go. Ratscherschaft, Leute, seid ihr stolz auf mich? Jetzt kommt das nächste Level, und das schaffen wir auch noch. Ah, ein Tanuki-Blatt, den setzen wir auch gleich ein, damit wir hier mal weiterkommen, als nur einschreien. Danke, ich habe einen Fan. Hallo? Ach, der stampft auf mich. Krass. Direkt beide Powers verloren. So schlecht kann doch nicht sein. Ja, ich habe 15.000 Punkte gezettet. Ja, ich habe 15.000 Punkte gezettet. Ja, ich habe 15.000 Punkte gezettet. Als ob das passiert ist. Nochmal. Und diesmal. Ich werde es nicht schaffen. Ich habe mich schaffen. Okay, okay. 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 Ich habe hier noch ein Gemble. Oh nein, Anime-Fan. Pass auf den Punki auf, süßi. Punki sind wichtig. Punki. Ich habe hier noch ein Gemble. Oh nein, ich habe hier noch einen Knopf. Okay. Ich habe hier noch einen Knopf. Ich habe sie noch einen Knopf zu tun. bei dir dem 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 der fett der fett der fett der fett der fett der fett aller das ist die beste den westen chat verlaufen will ich haben kann den ganzen süßen süß ist heute nicht ein tag für mario käse fehlt dir was ich glaube mir finden paris ein paar die magie ist oh gott 1 nach ich damit mal was anderes steht als der fett dank ich ja mal die ganzen süß ist ja okay wenn sie machen wir kommen zu später hat hier eigentlich die direkten hier sehr auf diese super sprung da ist ja ein pilz nie mann ich dachte ich hätte einen pilz geholt da oben dann hätte ich auch extra leben gehabt auch nie das kannst du auf keinen fall erzählen ja das ist ich habe ich habe ich habe es ich habe let's go let's go tag tanuki ja wunderbar ich darf heute jetzt echt kein mario boss drei tag oh gott pam 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 also nicht die wenigstens heute noch den den ding schaffen die den 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 dingspunkt schaffen den die die castel die castel maßtel pam pam die 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 Danke, dass du da warst und gute Nacht wünsche ich dir auch. Bis morgen. Du hast eine Karte. Du hast eine Keyblade. Einfach nur reingehen. Einfach nur da reingehen. Das mache ich doch klaro. Das ist hier so eine krampfige Krampfwurst. Ob der mich trifft. Das war doch gehackt. Vom Spiel selber. Schön, dass du noch mal weg nennst. Warum bist du wieder da? Warum bist du wieder da? Warum bist du da? Nr. 3. Nr. 3 ist der Platz. Ist egal. Hauptsache ich bin noch groß. Noch super groß. Ja. Ja genau. Es wird nie mehr groß. Aber jetzt nicht der große. Naja. Mal so mal so ne. Ich weiß nicht warum ich so Probleme mit dem Level habe. Ich weiß es nicht. Ist halt so. Da kann mein kleines Katzen hier nicht verarbeiten. Ja. noch mal brauche, ich weiß es sonst so Probleme unter die Kartei loader. wenn ich jetzt sterbe bei diesem leichten level und weiß nicht was ich machen soll deswegen habe ich auch kein ausreden mehr ich meine natürlich super super gute argumente die super guten cage argumente das gibt es nicht haben die der wissen so einfach warum sterbe ich hier so auf die levy sind so einfach was ich warum ich so versterben muss oh gott oh gott oh gott ich hab's endlich durchgeschafft ich weiß nicht ob ich vorher nicht gesprungen bin ich hab eigentlich gedrückt aber es passiert mensch ok lassen lassen was für heute sein glaube ich heute heute ist kein mario bros tag glaube ich das nächste mal schaffen wir doch nicht ich weiß nicht dass ich das nächste mal schaffen dass ich das nächste mal schaffen Ich glaube, nächstes Mal schaffen wir das Level. Ich glaube, ich muss die mal abspeichern, weil ich nicht so am Anfang bin. Ja gut, dann lassen wir es aber so sein. It is what it is, my friends. It is what it is. I'm bad. I'm super bad. Okay. Moment, mir wurde gerade eben geschrieben von einer ganz, ganz speziellen Person. Da muss ich mal gucken. Ob nämlich Ultimate Chicken Horse in Steam. Ob ich das, ob man das.